Ein Opel Astra ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 49.000 km. Die Erstanmeldung bei Ende 2012. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 110 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,6 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017